Es ist ein anderes Level von Fahrradteilen. Wies Components ist eine Carbon-Manufaktur in Deutschland, genau genommen in Dresden. Was mich an diesem Produkt überzeugt, ist einfach die Art und Weise, wie es entwickelt wurde. Der simuliert das Produkt und es ist so, dass man vor dem Testen schon weiß, der Lenker wird halten oder nicht halten. Es ist einfach eine gigantische Verarbeitung. Man kann die Hochwertigkeit an den Komponenten ablesen. Wie soll sich so ein Lenker anfühlen? Für mich ist es wichtig, dass er erstmal gewisse Schwingungen absorbiert und nicht an mich weitergibt. Man sieht einfach, dass die Bock auf ihren Job haben. Aber Highland ist so... Wieso? Du warst nicht dabei, ne? Ich war leider nicht da, nein. Ich meine, Carbon ist ja ein anisotroper Werkstoff, ne? Das ist ja klar. Musst du wissen, wie man es macht. Wie es weiß es. Boah, das sieht auch geil aus. Alter. Krass. Habt ihr euch den wenigstens mal angeguckt, bevor ihr den angefasst habt?